Wenn ich jetzt zum Beispiel für diese Margarine jetzt noch mehr blechen muss, dann weiß ich nicht, ob die gute Frau Ministerin Köstinger hier völlig im Rat tritt oder sie mit etwas bezwecken will, weil Lebensmittel müssen nicht unbedingt teuer sein, würde ich mal sagen. Und solche Menschen sollen nicht am Rad drehen, nur weil die Bauern hier weniger bekommen. Ich kann die Bauern auch verstehen, aber wir sind hier nicht der Dukatenscheiße, wo man jetzt jeden Cent hundertmal umdrehen muss, nur weil eine Frau Köstinger irgendwann die Nerven verliert. Mit Sicherheit nicht. Tun Sie mir bitte eingefallen, Frau Köstinger, lassen Sie die Menschen doch leben. Wozu gibt es Fördertöpfe, hm? Hä? WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020